Sie haben einen Rückforderungsbescheid über Ihre Corona-Soforthilfen erhalten. Wir können Ihnen helfen. Mein Name ist Benjamin Grunst. Ich bin Partner der Kanzlei Buseherz-Grunst-Rechtsanwälte. Die Corona-Zeit war für viele Branchen eine große Herausforderung. Egal ob im Gastro-Bereich oder im Veranstaltungsbereich, viele Branchen haben extrem gelitten. Der Staat setzte damals große Programme auf, in deren Corona-Hilfen gewährt wurden, um diese Branchen entsprechend zu unterstützen. Doch nun kommt die Zeit der Abrechnung. Das bedeutet, bis spätestens 31. März müssen alle Abrechnungen eingereicht werden und dann prüft der Staat, ob diese Corona-Hilfen tatsächlich rechtmäßig gewährt wurden. Es drohen hier Hunderte, wenn nicht sogar Tausend Rückforderungsbescheide, zum Teil über enorme Summen. Wir haben jetzt die ersten Mandanten gesehen, die dort hohe Rückforderungen haben, teilweise in Millionenhöhe, teilweise geht es um die klassischen 14.000 Euro. Man bekommt einen Bescheid und gegen diesen Bescheid muss man sich zur Wehr setzen. Man hat eine Widerspruchsfrist von nur einem Monat ab Zustellung. Wichtig ist dabei, das Zustellungsdatum finden Sie auf dem gelben Briefumschlag. Dort, in diesem Bescheid, stehen dann auch die konkreten Rückzahlungsmodalitäten. Manchmal hat man dort nur einen Monat Zeit, diese Gelder entsprechend zurückzuzahlen. Wie können wir als Kanzlei Ihnen dabei helfen? Wir können für Sie den Widerspruch einlegen und damit die Rechtskraft dieses Bescheids verhindern. Im Rahmen der späteren Akteneinsicht können wir dann prüfen, ob diese Rückforderung hier zu Recht erfolgt ist oder ob Sie doch einen Anspruch haben, diese Corona-Hilfen zu behalten. Wir können aber einen Effekt sicherstellen und der ist zumindest mal ein Zeitgewinn. Wir haben hier Corona-Rückforderungsbescheide gesehen, die tatsächlich für Investitionen getätigt wurden. Das heißt, man hat Corona-Hilfen bekommen für Ausgaben, die man gemacht hat. Zum Beispiel für Veranstaltungsgeräte, möglicherweise für Ausstattung in der Gastronomie. Dieses Geld hat man gar nicht zu liegen, was man nun zurückzahlen soll. Das heißt, alleine mit dem Widerspruch können wir es schaffen, enorm für Sie Zeit zu gewinnen. Bestenfalls gibt es rechtliche Begründungen, warum Sie diese Corona-Hilfen doch behalten können und der Rückforderungsbescheid hier nicht rechtmäßig ist. Wenn Sie einen Bescheid bekommen haben, bleiben Sie ruhig, schicken Sie uns diesen Bescheid und wir besprechen alles Weitere. Das heißt, wir können Sie uns diesen Bescheid machen, wenn Sie einen Bescheid machen können.